Hallo, mein Name ist Birgit Onuri. Ich komme aus Deutschland und repräsentiere die Gewerkschaft Verdi, die die Gesundheitsbeschäftigten in Deutschland vertritt. Ich bin froh, hier zu sein und ein Zeichen zu setzen, dass wir uns für eine Gesundheitspolitik europaweit einsetzen, die dafür sorgt, dass Gesundheit, die ein Menschenrecht ist, für alle verfügbar ist, unabhängig von ihrem Einkommen. Ich bin stolz darauf, dass wir uns dafür einsetzen, dass Gesundheit nicht zur Ware wird, sondern als Menschenrecht für alle verfügbar ist. Es kann nicht sein, dass private Konzerne mit unserer Gesundheit Profite machen und immer reicher werden, während sich arme Menschen Gesundheitsvorsorge gar nicht mehr leisten können. Darum müssen wir uns als Europa und als europäische Länder dafür einsetzen, dass wir gemeinsam uns stark machen, dass Gesundheit das ist, was es ist, ein Menschenrecht. Wir brauchen eine Einheit, wir müssen uns stark machen. Dankeschön.